so herzlich willkommen mal sehen ob wir heute die ansage richtig hinkriegen willkommen bei let's play hertha läuft ja die knallkörper sind wir heute geht's gegen dortmund um ja wichtige spiel auf jeden fall ja damit war anschluss halten nach oben ja ich würde sagen mal spielt von beginn an schieber das läuft das passt schon der reiakete hinten und auf geht's und wie immer daumen drücken so und da sind wir auch schon in unserem wohnzimmer in unserem olympiastadion genau ja wichtiges spiel auf jeden fall der wird knüppelhart ich freue mich wieder wie ein schnitzel ich bin heiß wie frittenfett aber richtig ok spaß beiseite jetzt kommt ernst paul ernst genau der erinnert werden wort die koreo hier ja läuft läuft und tabelle haben wir schon gesehen und dann wir sollen auf jeden Fall hier der peter ich bin rot auch mal sehen oder läuft und mit uns zu schnell ja ja damit sprechen da die europäische ich wollte auch spielen ja und muss früher schon zufrieden ich hab gleich wieder zu gepasst er will dran von uns Na, keiner. Wird nix. Ja, weil ich geklärt habe, ey. So, und jetzt hier. Konter. Warte, warte, warte. Ich versuch hier. Sehr gut. Unten läuft er, unten läuft er, unten läuft er. Unten läuft er, unten läuft er. Oh, schade, schade. Ich krieg ihn nicht mehr. Ah, schade. Oh, okay. Wir wollen es wissen. Ah, nee. Vorbeigelaufen. Oh, nein. Ich geh runter. Hä? Da war er noch nicht. Hm. Ah, hab ich gesehen, dass du da im Spiel willst, du Vogel. Linie. Ah, scheiße. Ich hab gehofft, dass ich noch umkomme, aber... Karma nicht. So, hier. Pasten. Mach mal draus. Ah, okay. Wir kommen ein bisschen näher wieder. Behrens. Geh in der Mitte. Alter. Und noch näher. Geh nach links. Genau. Nein. Nein. Entschuldigung. Mein Fehler. Müssen wir uns den zurückerkämpfen. Mach mal. Oh, 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 oh. Okay, nichts. Ja, ach. Was denkst du, wie du wüsst, ey? Wenn du einen Dortmund-Spieler bist, dann denkst du, kannst du hier schießen. Das ist mir los, Alter. Beinahne. Oh, guck mal. Ihr genascht, Alter. Genascht, Alter. Genascht, Alter. Ja, strecker, Alter. Sehr gut. Ja, chill doch mal. Ecke, ecke, ecke. Nein. Hab ich sehr, hast sehr. Easy, ganz easy. Unten. Jetzt. Ah, schieß, schieß, schieß. Nein. Das gibt's nicht. Schade. Oh, Mann. Mann, ein bisschen weiter links und der hat gesessen, ey. Das war das erste Tor, wie dieses. Egal, weiter, weiter. Darauf müssen wir aufbauen. Nee, auf jeden nicht. Auf jeden, Alter. So, Zigattschief. Zum Ayukka. Aber wird nicht. Ah, Brooks, Brooks, Brooks. Lass dich nicht verkacken. Äh, verkackern. So, Stocker. Auf, äh, Schieber. Schieber, ja, ja. Boah, ich würd grad passen, Alter. Oh, ich würd grad sagen, Junge, Junge. Ja, Mann. Ja, ist ja eins schön. Okay, mach mal Schnee. Nee, mach mal nicht Schnee. Mach mal easy. Geh mal weiter rein. Wo ist denn du? Hier hinten. Wem hab ich denn? Geh mal noch ein Stück. Ja, so, genau so. Stopp, irgendeinen großen. Genau so. Zigattschi, glaub ich. Ey, wenn der passt, Alter. Nee, kam nicht genug an. So, über die Außen. Nein, mein Fehler. Nein. Boah, Scher, Alter. Warum bist du so langsam? Nur weil es Reus ist. Sehr gut. Mayuka. Mayuka. Alter, warum krieg ich immer die Spieler? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, renn doch mal richtig da, ey. Du lahmdrat. Ja, der Tobi, ey. Ah, Scheiße. Wieder hier mit vollem Einsatz. Und da. Sehr gut. Was? Was? Ey. Schiri 5 faul, okay. Er müsste mal akzeptieren. Ja, Schrecker war ja ein bisschen zu forsch. Oh, zu früh. Oh, sehr gut. Was war das denn, ey? Hier, da feiert er ihn und dann macht er sowas, ey. Wann der ein Joppa, Alter? Vom Frankfurt. Ja, ja. Nicht, kann man machen. Muss man aber nicht. So, jetzt. Ja. Ja. Warum läuft meiner weg? Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Tja. Schön Ding. Ja, schön für den. Hey, Schiri. Schiri, rückpass. Rückpass, Schiri. Ja, wenigstens froh, Alter. Ach, schade. Brauch' mal so lange zum annehmen, hab' ich das hier fühlen. Versuch' unten mitzumachen. Ja, ja, gehen damit zu. Ja, die Karte unten. Abwehrschwieder, mein Mann. Oh, nein! Ah, kaki. Framte, kaki. Äh, ich geh da, genau. Alter! Klar, ey, sind Supermänner. Ja, ist Reus. Der kann alles. Aber unser. So, weiter geht's, ja. Mein Text. Bitte. Nein! Wie weit legt der sich denn vor, ey? Los, 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 los. Sehr gut. Muss noch haben. Sehr gut. Sehr gut, Kraft. So, ruhig, ruhig, ruhig. Ah, ich schieße nach vorne. Bringt nix. Ach, kack. Da war nix, Schiri. Sehr gut. Sehr gut. Ach, Mann, ey. Nein! Oh, was? Was ist los? Ja, ist egal. Kann schon sein. Hä? Hä? Ist vor vorbeigebrutscht und dafür gibt da gelbe, oder? Naja, ist los. Weißt du, es gibt auch wirklich die Regel, versucht es vollspielen. Alter! Aber er oder was? Die gelbe Schiri, ganz ehrlich. Ja, gibt's jetzt. Was? Ne, gibt's nicht. Pumuckl, ey, wieder hier, ey. Ah, ja, klar. So, ich zeig jetzt rauf, ist mir egal. Ja, genau dahin. Bis weiter rechts, bis weiter rechts. Ja, so. Der stellt mich im Upside. Ja, dann geh noch ein Stück zurück. Ja, geht nicht, er blockt mich. So, jetzt. Nein. Na ja, noch können wir es einholen. Ein Glückstreffer hat die Dortmunder zur Verfügung verholfen. Na ja, jetzt soll es weiter kämpfen. Ja, auf jeden Fall. Es ist noch nicht vorbei hier. Mann, Mann. Alter, Schiri! Mann, 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 Mann. Ja, es ist Dortmund, Mann, Mann, Mann. Sieht halt ein bisschen besser als... Alter! Was ist denn jetzt los hier? Kraft, Alter, er kommt einfach raus. Jetzt, jetzt. Ah, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt, jetzt. Was macht ihr denn, ey? Du sollst den Bein nach hinten, du sollst zurückziehen, Alter. hat keine ahnung von fußball echt die karriere aufgeben so schön die dinger kann ich immer klären typisch abwärts gelernter abwärtsspieler ich kann nur nicht mit mir der kommt auch nicht an sehr gut die blotten mich immer ab wenn ich zu dir dir helfen will oh nein man ey das kotzt mich an hier schon wieder ich will auslasten komm jetzt sehr gut nein ich hab gedrückt alter alter ne warte 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 das lass mal so alter schwede jetzt reicht es machen mach 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 ich stehe da ja klar ich hab mich nicht getroffen nein sehr gut ich lauf ich lauf aaaa die sind auch gleich wieder dran ey ja ja sei dort nicht eigentlich nicht aber sind mir immer noch lieber als Bayern ey mal die 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 Das gibt's nicht. Was macht der, Alter? Das gibt's nicht. Wie geil, Alter. Ey, das gibt's nicht. Was ist das, ey? Ich spiele heute wie... Ich spiele wie Flasche. Ach, scheiß doch drauf, ey. Ganz ehrlich. Das soll nicht sein, dass wir irgendwie gewinnen. Ja, wir sollen nicht nach oben, ey. Wie geil war das denn, ey? Vorhin, ich drück schon schießen, ey. Und der? Der macht ein Eigentor. So ein Klöppel, ey. Das ist mit dem Ei hier. Wieder mal ran. Ja, klar, ey. Schiri, ey. Ich hab ganz klar den Ball geblockt, ja. Das ist nicht für eine Pfeife, ey. Das Samz kommt wieder, ey. Ja, hm, hm. Ja, ich hab schon gemacht, aber... Ja, ich hab schon gemacht, aber... Ich weiß gar nicht... Der eigene Spieler, oder was? Nee, der ist gehalten, halt gehalten. Ja. Ey... Faul-Joury... Boah, Behrens, ey. Neuuuun! Ich weiß, das ist gehalten. wenigstens ein tor nicht eigentor sondern ein tor ich könnte mich immer noch drüber amüsieren kraft der schrie ist ein witzvoller oder was hat das früh zu frühstück clowns gehabt oder kann ja nie wahr sein ich habe wegschießen gedrückt ja und der macht so weit wie ist normaler zwehkampf ich krieg eine panne hier heute schiebung der zeit den zeit hier den dfb mein freund ja ich hab nach rechts nach links gedrückt ich habe nach links gedrückt ich hätte ihn gehalten du so was soll das denn von wegen fifa 15 jaja hier torwart ist verbessert und so klar von wegen ich hab wirklich oder warst du ein torwart nein du warst aber ich hab nein hier hier muss man drücken ich mache mal weiter nein ohne scheiß man muss nur den rechten stick der will die wollen mich verarschen weiter hat gewusst richtige ecke auch springen ich meine ich kein bock drauf boah stocker Oh Stocker, ey. Warum verlierst du den Ball? Ich hatte keinen Bock. Oh, er kann mal halten, ey. Ach ja, suchen wir als neun Torwart. Müssen wir mal gucken, Leno. Für die nächste Saison. Was der kostet. Brauchen wir ein paar Abwehrspieler, ey. Das geht so nicht weiter. So, die sind alle eingefroren, ey. Die sind voll lahmarschig. Komm, hier nochmal totaler Angriff her zum Schluss. Die letzten vier Minuten. Da steht der Maxx. Nein, nein, nein. Vorher gehen wir auf, ey. Ey, die kriegen auch jeden Ball, ey. Da steht auch wirklich immer einer, wa? Was? 5-0, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ja, das ist egal. Wann schon noch ein 2-0 fertig, oder? Foul. Foul. Oh, ganz böse hier, ey. 4-5-0 und äh, machen hier noch einen Foul. Nee, die kann ja auch nicht wahr sein, nee. Nee, die kann ja auch nicht wahr sein, nee. Let's schmitsam. So, okay. So, dann wechsle ich. So, dann kannst du. Hä? Sind vorgerückt, die Penner, ey. Ich kann die nicht bewegen mehr. Ich kann die nicht mehr bewegen. Der Spack drum, FIFA 50 Spack drum, ey. Kann doch nicht wahr sein, nee. Betrug, Betrug. Äh, äh, äh. Skandal. Im Sperrbezirk, Skandal. Alter. Nein, ich wollte nicht passen. Ey, ganz ehrlich, ey. Skandal im Sperrbezirk, Skandal. Ja, wie gesagt, nach dem 2-0 waren wir down und dann ist es gut. Ey. Ist egal. Ist Dortmund. Es war schlecht für die Tordifferenz, aber egal. In der Niederlage habe ich ehrlich gesagt mit einberechnet gegen Dortmund. Dass es 5-0 wird, na gut, aber. Eigentlich 4-0, wir haben ja ein eigenes Tor geschossen. Eigentlich, eigentlich 4-1. Ach, ist auch alles egal. Wir können nicht mehr wirklich absteigen, hoffe ich. Aber es sieht gut aus für uns. Ja, mach mal weiter. Das passt schon noch. Mach mal nochmal bis, keine Ahnung. Ach so, ja. Dann sieht man es erst richtig, dann haben alle 25 Spiele. Ja, ich mach bis Dienstag gerade. Ich glaub, reicht schon. Naja. Oh, nächstes Spiel Schalke. Äh, das macht. Oh, oh. Wer? Zigerchi. 5 Wochen. Tolle Leistung. Ach, ja. Ja. Ja, trotzdem sieht es noch gut aus. Ja, äh, 10 Punkte. Äh, 10, 10. Ist noch okay. Die wichtigen Spiele kommen auf jeden Fall. Schalke, äh, wird auch ein harter Spiel. Oh ja. Ja, egal. Wird schon irgendwie werden, wa? Wir sehen uns einfach beim nächsten Spiel. Genau. Und ich hoffe, dass es nicht so eine Klatsche wird wie heute. Genau. Schönen Tag euch. Ciao. Ciao.